Ja, hallo, wir wollten uns auch wieder mal melden. Das Geno 62 Team aus Magdeburg-Schönebeck ist es nicht in eine verrückte Zeit dort draußen mit den Lappen vom Mund, den Masken, den positiven Tests, die gar keine Tests sind, die dafür gar nicht geeignet sind, die Infizierten, die gar nicht infiziert sind und alle machen mit. Die ganze Welt spielt verrückt. Aber es muss einen Ausweg geben daraus. Und so viele Experten, die jahrelange Erfahrung haben auf diesem Gebiet, werden nicht gehört, wie der Suchat Bhakti, der Wolfram Wodak, die Klagepaten, die Ärzte für Aufklärung, Tausende von Menschen und Wissenschaftlern rufen auf, mal der Wahrheit ein bisschen näher zu kommen, die Wahrheit aufzudecken und werden einfach nicht gehört. Viren gibt es seit ewigen Zeiten, seit Milliarden von Jahren. Sie sind wichtig für die Entwicklung von Lebewesen, von Menschen, den Aufbau unseres Immunsystems. Und jetzt wird das verteufelt. Es mag sichtlich etwas Gefährliches geben. Es liegt da was in der Luft. Aber wer weiß ja schon, was es ist. Es gibt so viele Frequenzen, die uns schädigen. Es gibt diese 5G-Experimente, die man macht, wo unsere Sauerstoffaufnahme gestört wird. Und mit was haben die Leute Probleme mit Sauerstoff? Man schiebt das alles auf ein Virus, den man bis jetzt noch gar nicht isoliert hat. Wichtig ist dabei, dass unser Immunsystem gestärkt ist. Denn unser Immunsystem erkennt diese Viren und kann das von alleine schon hinbekommen. Nur diese Störungen von außen sind so schlimm. Und keiner denkt an diese vielen anderen Symptome, die da sind. 1000 Menschen pro Tag sterben an Krebs. Nur in Deutschland. Es sterben jeden Tag 2900 Menschen. Kreislauf, Herzinfarkt, Krebs, Diabetes und was weiß ich alles. Jeder Tote ist einer zu viel. Das ist richtig. Aber warum beschäftigen wir uns nicht mit einem wichtigen Problem? Warum schaffen wir es nicht endlich mal, die Gifte aus den Lebensmitteln rauszuholen? Die Gifte aus dem Wasser, aus der Luft, was da kommt. Und natürlich die Frequenzverseuchung. Das Wichtige. Deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, unseren Körper zu stärken. Ihn zu zeigen, dass er sich dagegen wehren kann. Unser Immunsystem zu stärken. Und deswegen raten wir, das Geno 62 zu nutzen. Das Gerät ist jetzt nicht so wichtig. Es ist einfach das, was hier drin steckt. Diese SD-Karte. 40 Jahre Forschung. Über 30 Millionen Euro Forschungsgeld aus privaten Mitteln, die reingeflossen sind. Und die Krankenkassen wollen es nicht nutzen, weil es aus politischen Gründen nicht nutzen können. Die Wissenschaft ist gekauft in vielen Fällen. Und die Regierung, die sich daran nicht interessiert ist, bringt kein Geld. Gesunde Menschen bringen kein Geld. Aber wir haben es mit dem Geno 62 in den letzten sieben Jahren geschafft, Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Menschen zu helfen, wieder ihre Gesundheit zu finden, ihre Gesundheit zu erhalten. Ich selber nutze es seit über zehn Jahren. Und ich bin heute fitter wie vor 25 Jahren. Meine Frau nutzt es seit sieben Jahren. Und ist heute gesund. Gesunder als noch vor vielen, vielen Jahren. Und von vielen anderen hören wir es auch. Wir haben ja etliche Videos gedreht in diese Richtung mit Anwendern, Erfahrungen, eigene Videos in der Anwendung. Auf unserer Internetseite www.geno62info oder genozen62info oder www.niederkrankinfo sind etliche Erfahrungsberichte dazu. Und auch wie das Gerät funktioniert, welche Technik dahinter steckt. Wir geben Informationen rein. Das heißt, dieses Gerät ist kein Frequenzgerät. Es gibt Informationen rein in den Körper. Und diese Informationen sind der Bauplan des Menschen, sodass mein Körper in der Lage ist, diese Abweichung zu erkennen. Was ist das Optimale? Das gebe ich rein. Und was bin ich? Und diese Abweichung wird erkannt von meinem Körper. Und er ist damit in der Lage, diese Abweichung zu erkennen, wo Zellen nicht funktionieren, wo Krebszellen einfach Energie fressen, wo bestimmte Baktenen da sind, die reingehören, bestimmte Viren, die erkannt werden, sodass ich nach und nach entweder gesund werde oder einfach diese Probleme nicht habe. Und es funktioniert. Und wir sehen in dieser ganzen Krise, wo gibt es noch Erkältung oder Grippe oder was weiß ich, irgendwas, alles kümmert sich um Corona. Und wenn wir nicht endlich aufwachen, dann machen sie uns alles zu. Sie spritzen uns genveränderten Impfstoff rein, der uns mutiert zu künstlicher Intelligenz und über diese 5G-Sendetürme, die zu Tausenden in den letzten Halbjahr aufgebaut wurden, wird man uns steuern und kontrollieren. Und das wollen wir nicht. Und das darf nicht passieren. Und dass ihr da draußen gesund bleibt und aufwacht, das wünsche ich mir. Und die Gudrun natürlich. Bis dann. Tschüss.